Wie denn konkret? Immerhin heißt ja der Titel Ihres Vortrages Medienkompetenz. Wie erkennt man Kriegspropaganda und was kann man dagegen tun? Werden Sie versuchen, den Vortragsbesuchern konkrete Analyse- und Verhaltenswerkzeuge gegen die Einseitigkeit der Medien an die Hand zu geben? Und wie sehen diese denn beispielsweise aus? Ja, genau das werde ich tun. Ich werde zuerst an einigen Beispielen darstellen, dass es Kriegspropaganda gibt. Das ist sehr wichtig, damit jeder versteht, dass wir es hier mit einem realen Problem zu tun haben. Man könnte ja der irrigen Auffassung anhängen, seit Goebbels tot ist, gibt es keine Kriegspropaganda mehr. Nichts aber wäre falscher als das. Wir haben heute leider sehr viel Kriegspropaganda. Danach werde ich darlegen, dass jeder heute dank des Internets selber Informationen suchen kann. Das ist ein riesiger Unterschied zu früher, wo man einfach am Morgen die Zeitung aufschlug, um zu lesen, wie die Redaktion einem die Welt erklärt. Ich werde im Vortrag dazu raten, dass man aktiv selber Informationen sucht und zwar zu den Themen, welche einen interessieren. Das ist heute möglich. Ich werde raten, dass man verschiedene Medien vergleicht, sich also fragt, wie berichten Spiegel und ARD zum Krieg in der Ukraine? Wie berichtet Russia Today zum selben Konflikt? Es wird sofort klar, dass ARD und Spiegel das Feindbild Putin pflegen, während Russia Today das Feindbild NATO und US-Imperium pflegt. Und erst wenn man als Beobachter diese Auswahl hat, kann man sich überhaupt fragen, welches Feindbild in diesem Konflikt besser passt, wer gerade wessen Interessen dient und sich welchen geopolitischen Mächten unterwirft. Ja auch, welche Rolle Feindbilder in der Gewaltspirale spielen. Hierzu werde ich den britischen Schriftsteller Aldous Huxley zitieren, der zutreffend gesagt hat, Das Ziel der Kriegspropaganda besteht immer darin, erstens zwei Gruppen zu schaffen und zweitens bei der eigenen Gruppe die Erinnerung auszulöschen, dass die andere Gruppe auch Menschen sind. Zitat Ende. Glauben Sie denn wirklich, dass man Kriegspropaganda überwinden kann? Der Kapitalismus lebt doch vom Krieg, dank dessen er immer wieder neu vernichten, erobern, aufbauen kann. Ja, das glaube ich sehr wohl. Schauen Sie sich doch in Ihrem Umfeld um. Die Menschen haben ganz verschiedene Perspektiven auf die verschiedenen Konflikte. Manchmal getrauen sie sich nicht, ihre Meinung offen zu sagen, aber es gibt schon heute eine Pluralität der Perspektiven, was wichtig und wertvoll ist. Nun geht es darum, diese verschiedenen Geschichten zur Ukraine oder auch zum Krieg in Syrien zu vergleichen. Sehr schnell wird dann klar, dass mit noch mehr Gewalt der Ausstieg aus der Gewaltspirale nicht gelingen kann. Es gibt bei jedem Konflikt immer wieder kluge Beobachter, welche aufzeigen, wie die Gewaltspirale angetrieben wird und welche vor einer weiteren Eskalation warnen. Das war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 so und das ist heute beim Krieg in der Ukraine nicht anders. Konkret gab es ja am 20. Februar 2014 in der Ukraine einen Massaker durch Scharfschützen, welche sowohl Demonstranten wie auch Polizisten erschossen. Durch dieses Massaker wurde die Gewaltspirale angetrieben, die Regierung Janukowitsch wurde gestürzt und die neue Regierung um Poroschenko installiert. Der deutsche Sachbuchautor Wolfgang Bittner hat diesbezüglich vollkommen zutreffend darauf hingewiesen, dass dieses Massaker bis heute überhaupt nicht aufgeklärt ist. Zitat Zitat Ende Die Frage, die stets zu beantworten ist, und sie ahnen es in aller Regel gegen den Strich und die Mainstream-Information lautet daher, was geschah und geschieht wirklich in einem Konflikt. Die meisten Massenerklärungen sind billig, nahe an Lügen oder wirklich gelogen und dienen damit beständig der weiteren Eskalation. Geplant waren ursprünglich ja nur zwei Vorträge ihrerseits in Berlin. Nachdem nach wenigen Tagen jedoch alle Karten ausverkauft waren, sprechen sie nun sogar dreimal im Babylon, am 23., 24. und 25. Oktober. Und es dauerte nicht lang, bis auch die Karten für den dritten Vortrag vergriffen waren. Wie erklären Sie sich das? Das zeigt, dass die Friedensbewegung lebt. Sie ist keineswegs tot. Viele Menschen wollen keine Kriegspropaganda, daher kommen sie zum Vortrag. Sie haben erkannt, dass in den Massenmedien immer wieder Kriegspropaganda verbreitet wird. Das wollen sie nicht. Auch wenn vermutlich viele im Raum sich selber gar nicht zur Friedensbewegung zählen, so gibt es doch Wache und kritische Menschen, die grundsätzlich aus der Gewaltspirale aussteigen möchten. Das ist ein starkes und ermutigendes Zeichen an die Friedensbewegung insgesamt. Über die Nachdenkseiten, CanFM, Free21, Telepolis und andere Alternativen und eben auch und insbesondere im persönlichen Kontakt können und sollen wir informieren. Das ist gewünscht. Diese alternativen Medien haben tausende von Lesern und Zuschauern und das gibt doch Grund zur Hoffnung. Für die Vorträge gibt es leider jetzt keine Karten mehr. Alle drei Tage sind ausverkauft. Aber der Vortrag wird gefilmt und wird Ende Oktober natürlich frei zugänglich für alle auch ins Internet gestellt. Sie finden ihn dann auf YouTube sowie bei CanFM. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker, spezialisiert auf Zeitgeschichte seit 1945 und internationale Politik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Friedensforschung, Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik. Er unterrichtet an der Universität St. Gallen, HSG, zur Geschichte und Zukunft von Energiesystemen und an der Universität Basel im Nachdiplom-Studium Konfliktanalysen zum globalen Kampf ums Erdöl. Er leitet das Swiss Institute for Peace and Energy Research, CIPER, in Basel. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Wir freuen uns über jede Hilfe. Wir olviden Sie einfach und zu follow mir, Through the transgressions apartment